Was machen wir jetzt? Die Maschine an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. Wer bist du? Ein britischer Offizier und die Zähmen. Unsere Auerkraft wurde schockt. Der Spitz ist eine Chance für Spotted Team. Du bist offensichtlich Prisoner der 3. Reich. Sollten wir sie nicht erschießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hotten Totten Schwarz. Ja, ich war durch die Tyskflöre. Nein. Mannschaften? Ich weiß nicht. Ich bin ein britischer Offizier, und ich habe keine Intention von Orden von dir. Wake up, Kapitän! Und du? Geh zu deinem Bett. Nicht sehr sportlich, Jascha. Das ist war. Nicht ein richtiges Spiel in deinem Country Club. Willst du in den Pisschen-Kontest? Congratulations. Das ist die britische Seite. Und das ist die deutsche Seite. Warum sind die deutsche so obsessed mit Regeln und Regeln? Du wirst nie verstehen. Das ist warum Deutschland großartig und der britische Empire ist krummling. Krummling? Nonsten! Die Empire ist gut. Wir sind weg. 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 Kann ich Sie in den schönen Nordischen countryside sein? Bitte nicht. Wir sind auf dem Fall. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wir werden alle bleiben hier. Untertitelung. BR 2018